Du bist auf der Suche nach einem guten Farmsport, wie du schnell an Gold rankommst oder zum Beispiel auch unendlich Lindwurmkristalle? Dann bist du hier Gold richtig. Ich habe was extrem Geiles rausgefunden. Dranbleiben lohnt sich. Servus Ewekte, willkommen zum nächsten Video. Heute möchte ich euch meine Taktik zeigen, wie ihr super schnell und easy an Haufenweise Gold rankommt. Aber auch Lindwurmkristalle ist vielleicht für den einen oder anderen interessant, ohne auch das New Game zu starten. Die beste Möglichkeit, um eigentlich an Geld und Lindwurmkristalle heranzukommen, ist immer wieder erneut, das New Game zu laufen, so schnell wie möglich durch die Story durchzupuschen, ins Endgame zu kommen und das eben immer wieder erneut. Wer da aber keinen Bock drauf hat oder eben auch noch nicht so weit ist, für den habe ich hier eine richtig geile Fahrmethode, wo man immer wieder Haufenweise Gold und Lindwurmkristalle in wenigen Minuten bekommen kann. An der Stelle habe ich für euch auch noch eine wichtige Information und zwar ist meine Freundesliste auf Steam voll. In den vergangenen Tagen habe ich ja immer wieder meinen Freundescode gepostet, dass ihr kostenlos meinen starken Tank rufen könnt, der über Level 60 ist. Aber bei Steam ist leider die Grenze bei 285 Leuten und ich kann leider keine mehr annehmen. Wenn ihr noch meinen Tank haben möchtet, dann müsst ihr über die Vasallen-ID gehen, aber dann kostet es, glaube ich, ein paar Riftkristalle, wenn ihr ihn rufen möchtet. Mein Kollege Seraphine kann auf Playsee, glaube ich, 900 Leute annehmen. Da ist auf jeden Fall noch Platz, falls ihr, glaube ich, einen Charakter haben wollt, einen Vasallen, der auf jeden Fall über Level 80 ist. Ich glaube, mittlerweile ist er Erzmagier, wo sämtliche Gegner in Sekunden tötet oder er macht ihn auch immer wieder zum Tank. Könnt ihm eine Anfrage auf Playsee schicken und er kann euch auf jeden Fall noch annehmen. Kommen wir nun zur Farmtaktik, wie ihr super schnell Gold- und auch Lindwurmkristalle farmen könnt und zwar hier bei diesem Drachen. Und das geht einfach extrem schnell mit dem Magiebogen schützen. Ich wechsle immer mit Y auf den Bolzenschuss, halt dann gedrückt und schieße den Märtyrer-Pfeil ab, bis fast mein Leben eben bei Null ist. Dadurch ist der Schaden extrem hoch. Kann ich euch noch gleich im Detail genauer erzählen. Und der Drache wird einfach ge-one-shotted in wenigen Sekunden. Und wir können ihn dann gleich immer wieder erneut eben rücksetzen und so eben sehr schnell an Lindwurmkristalle rankommen, wie ihr sehen könnt, und eben an Drachen schuppen. Ich habe jetzt hier alle eingesammelt. Es geht jetzt auch schon wieder zur Siedlung zurück. Und dort kann man dann direkt die Lindwurmkristalle dann eben verkaufen oder auch die schuppen. Oder man behält sie einfach, wenn man im Endgame eben dann die ganzen Waffen sich kaufen möchte oder Rüstungen. Und so kann man auch wunderbar Lindwurmkristalle farmen, auch wenn man nicht immer ins New Game Plus rein starten möchte. Ihr geht dann hier einfach zum Händler hin und hier könnt ihr dann eben direkt die Sachen verhökern. Das war jetzt hier ein Run, insgesamt 21.000 Gold und eine Schuppe, also insgesamt 22.000. Das Ganze ist natürlich ein bisschen glücksabhängig. Mal kriegt man mehr Lindwurmkristalle, mal kriegt man mehr Schuppen. Im Schnitt geht ihr immer zwischen 10.000 und 30.000 raus und über eine längere Zeit macht man hier auf jeden Fall sehr effektiv Geld oder eben Lindwurmkristalle. Wenn ihr den Drachen getötet habt, dann geht ihr wie folgt vor. Und zwar müssen wir 11 Tage warten, dass er eben rückgesetzt wird. Dadurch, dass wir eben wenig Leben besitzen, muss man einmal in der Taverne übernachten. Das kostet dann 1.500 Gold und wir haben dann hier schon mal einen Tag nach vorne gespult. Wem das gerade auch ein bisschen zu schnell ging mit diesem Märtyrer-Pfeil, ich werde es gleich nochmal ausführlich erklären. Mit der Laufbahn vom magischen Bogenschützen, welche Fähigkeit, Waffenfähigkeit das ist, was ich für Werte besitze und auch wo man den magischen Bogenschützen herbekommt. Und ich zeige euch auch gleich den Farmspot, falls ihr ihn nicht jetzt selber schon erkannt habt. Die nächsten 10 Tage, die muss man dann hier an der Bank vorspulen. 4 mal drücken ist ein Tag und so spart man sich eben das Geld bei der Übernachtung und hat eben so einen deutlich höheren Gewinn. Dann lohnt sich das Ganze und ihr müsst jetzt hier insgesamt 40 mal die Taste eben drücken, dass ihr hier einfach die Zeit nach vorne spult. Ich habe das Ganze auch schon von der Zeit her gestoppt. Man sitzt auf der Bank circa 2 Minuten und insgesamt geht dann ein Run zwischen 3 und 4 Minuten, wo ihr dann zwischen 10.000 und 30.000 rausholt. Eventuell ist es auch mal ein bisschen mehr, kommt einfach darauf an, wie viel Glück man hat. Nur unter 10 bin ich auf jeden Fall nie rausgegangen. Ich würde sagen, am Schluss hat man wahrscheinlich einen Durchschnitt von 18.000, 20.000, die man dann eben über längere Zeit rausholen kann. Was ihr übrigens auch noch machen könnt, ist hier an diesen Riftstein ranzugehen. Das kostet aber natürlich dann auch nochmal Zeit. Aber wenn ihr etwas Glück habt und ihr geht dann hier nochmal auf Untersuchen drauf, Vasallen, geht auf die Spezialisierung Auftrag, hat vielleicht jemand eben hier einen Auftrag erstellt, wo man eben auch einen Halbdrachen töten muss. Hier jetzt leider nicht und teilweise gibt das dann eben auch 10.000 Gold nochmal extra. Aber ihr müsst auf jeden Fall wissen, wenn ihr hier immer reingeht, dann schraubt ihr natürlich die Zeit nach oben. Das war in den 3, 4 Minuten jetzt nicht mit dabei. Wenn ihr wie gesagt diese 11 Tage vorgespult habt, dann sollte normalerweise der Drache wieder spawnen. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgezählt, sondern einfach ein bisschen durchgedrückt, aber er ist jetzt hier wieder gespawnt. Aber wie gesagt 40 mal drücken plus einmal übernachten und dann könnt ihr euch eben hier wieder hinsetzen. Den Mörtyrer-Pfeil gedrückt halten. Wichtig ist teilweise auch ein bisschen abwarten, weil wenn der Drache jetzt eben runter geht, kann er euch auch unterbrechen. Und dadurch habt ihr dann das Leben verbraucht, aber der Pfeil ist nicht rausgegangen. Deswegen auf jeden Fall ein bisschen aufpassen. Aber das Ding ist wirklich super easy. Ich habe jetzt hier auch nochmal 8.000 Erfahrungen mitbekommen. Und man liest eben dann hier auf dem Boden die Sachen aus. Ihr seht jetzt, der Run war jetzt hier ein bisschen schlechter. Da ist nochmal ein Lindwurmkristall, wobei insgesamt war er jetzt glaube ich auch nicht schlecht. Wir gucken nochmal rein, was ich hier gemacht habe. Teilweise nehmen auch die NPCs die Vasallen mit etwas auf. Da müsst ihr natürlich reingucken, falls sie glaube ich so eine Spezialisierung haben, wo sie eben Sachen auch mit looten können. Wir gehen jetzt gleich noch die Laufbahn im Detail anschauen und noch die ganzen Werte und natürlich auch die Stelle und wie man die Laufbahn mit dem magischen Bogenschützen freischaltet. Ich gehe wieder auf Verkaufen drauf und sehe eben jetzt hier insgesamt sind es jetzt 24 Stück und 5 Schuppen würde jetzt hier schon 36 machen. Und hier dann auch nochmal, also 40.000 wäre jetzt bei 2 Runs genau die Mitte. Also hätte ich jetzt in 2 Runs hier 20.000 gemacht. Und das finde ich persönlich absolut solide. Falls ihr etwas Besseres kennt, außer immer wieder das New Games zu laufen, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Schauen wir uns allererst die Werte von mir an. Und zwar habe ich hier Level 62. Das ging aber auch schon deutlich früher. Der Magiewert ist bei mir 644. Ihr müsst mal testen, wie weit ihr da runter könnt oder wie früher ihr das machen könnt. Ich weiß natürlich nicht, wo ihr im Level seid. Mit Level 50 oder so sollte das normalerweise auch funktionieren. Und ich habe folgende Waffe und zwar die aus Bad Batal einfach beim Händler gekauft. Ihr seht, sie ist auch nur einmal abgegradet. Also wenn ihr die noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal upgradet, dann habt ihr auch nochmal mehr Magieschaden. Und ja, müsst sogar im Level nur etwas geringer sein. Wahrscheinlich das beste Upgrade bekommt ihr bei den Elfen, weil da lohnt es sich immer abzugraden. Weil da der Magiewert glaube ich am höchsten steigt. Korrigiert mich, falls ich da falsch liege. Und ansonsten habe ich eben hier noch zwei Ringe eingebaut, die mir ebenfalls die Magie erhöhen. Schaut mal durch, ob ihr bei euch so welche in der Kiste rumliegen habt. Und das war es im Endeffekt von den Werten schon. Und wir gucken kurz auf die Karte. Wo befindet sich das Ganze? Und zwar im Dorf Have. Also im ersten Gebiet. Der Drache ist glaube ich nicht gleich zu Beginn der Story oder sowas da. Ich glaube, ihr müsst in der Story weit genug sein, dass diese Drachen auch spawnen. Und wie gesagt, ihr wartet elf Tage. Und super easy, dann spawnt er hier an dieser Stelle. Ne, hier an dieser Stelle spawnt er dann jedes Mal nach elf Tagen. Und so könnt ihr super effektiv Gold oder eben auch die Lindwurmkristalle farmen. Oder auch Drachenschuppen, falls ihr sie eben benötigt. Werfen wir zusammen einen Blick auf die Laufbahn vom Magischen Bogenschützen. Wie ihr ihn freischaltet, zeige ich euch gleich. Samt Schriftrolle. Wegen dieser legendären Waffenfähigkeit. Ihr seht es jetzt hier auch gerade. Und das ist eben dieser Märtyrer Blitz. Und ja, der ist einfach extrem stark. Ne super geniale Sache. Wo ihr auch nochmal ein bisschen mehr Schaden rausholen könnt. Ist über die mystische Klinge. Und zwar müsst ihr die ein bisschen leveln. Und ihr könnt dann hinten eine Fähigkeit reinnehmen. Die sind ja dann auch laufbahnübergreifend, wenn man sie freigeschaltet hat. Und hier unten gibt es nämlich den Punkt. Und hier ist auch nochmal bei Nachts die Magie verstärkt. Bedeutet, also wenn ihr zu wenig Schaden habt, müsst ihr mal gucken, ob ihr eventuell einfach nachts den Drachen tötet. Nicht tagsüber. Dann seht ihr ein bisschen schlechter. Aber habt zwar nochmal ein bisschen mehr Magieschaden. Und eventuell reicht es dann für den One-Shot, falls es eben nicht reichen würde. Nun zeige ich euch noch, wie ihr den Magie-Bogenschützen freischalten könnt. Die Laufbahn und zwar findet ihr ganz unten hier auf der Karte eine Person. Ihr müsst einfach von der linken Seite von Bad Batal runterlaufen über die Höhle. Und dann kommt er an der Stelle raus. Und dort müsst ihr dann einer Person verschiedene Kräuter geben. Sie klagt über Rückenschmerzen. Gibt sie ihm. Und dann ist oben drüber von ihm das Haus. Geht dort dann einfach hin. Und ja, dort startet dann eine Katzin. Kommt auch eine Elfin raus. Und dann ist die erste Quest sozusagen abgeschlossen. Und ihr geht danach ins Haus rein. Startet so die zweite Quest, indem ihr mit dem älteren Herrn sprecht. Und ihr müsst ihn zu einer heißen Quelle rüberbringen. Ist ein bisschen weiter rechts auf der Karte. Und wenn ihr das gemacht habt, erscheint dort eben auch nochmal bei der heißen Quelle eben diese Elfin. Sie gibt eben euch dann die Laufbahn vom Magischen Bogenschützen. Und direkt danach habe ich auch diese Märtyrer-Schriftrolle bekommen. Und die lest ihr einfach. Und so habt ihr auch eben die legendäre Waffenfähigkeit. Und dann könnt ihr im Endeffekt durchstarten. Ich hoffe, ich konnte euch hier etwas richtig Cooles zeigen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Wenn ich sie weiß, kann ich sie euch beantworten. Und falls ihr auch noch eine extrem gute Farm-Methode kennt, schreibt sie gerne in die Kommentare rein. Ich denke, da sind immer alle dran interessiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Schöne Ostern. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.